Für mich gibt es im Fußball nur einen Verein, das ist Hanau 93. Wie viele Vereine in Deutschland haben, haben diese lange Geschichte, das Fußballverein wirklich noch in der Form zu existieren, wie sie gegründet wurden. Andere Vereine, das sind alles so künstlich, so klinisch rein. Bei uns wird noch Fußball gelebt. Da liegt ein schlafender Riesebrach. Das ist halt hier auch einfach meine zweite Familie hier. Da fliegt einem dann wirklich das Blech weg. Erstens sind wir der älteste Fußballverein in Hessen. Hanau 93 war einer der Mitbegründer vom Deutschen Fußballbund und auch vom Süddeutschen Fußballverband. Also da ist sehr viel Tradition. Hanau 93 hat bis zum Zusammenbruch des Spielbetriebs im Zweiten Weltkrieg immer in der jeweils höchsten deutschen Spielklasse gespielt. Haben wir in der Endrunde um die deutsche Fußballmeisterschaft gewesen. Und hat auch nach dem Krieg noch lange eine sehr gute Rolle in der damaligen Zweiten Liga Süd gespielt. Später kam in den 70er Jahren das Jahr Zweite Bundesliga dazu, was natürlich auch ein Highlight in der Vereinsgeschichte war. Auch Hanau 93. Der Neuling hatte es heute mit den Offenbacher Kickers zu tun im Main-Derby der Zweiten Liga Süd. Und man kann sagen, danach war es ein kontinuierliches Auf und Ab. Und in den letzten Jahren gibt es wieder eine starke sportliche Aufwärtsbewegung. Zwei Meisterschaften, zwei Aufstiege, Kreisportalsieg. Sie haben zwei Weltkriege überlebt. Es gibt sie 125 Jahre lang. Und sie sind einfach nicht klein zu kriegen. Wir wollen halt in bessere Zeiten reinkommen. Da müssen wir ein gewisses Tal der Tränen durchschreiten. Das haben wir geschafft. Und jetzt geht es voran, um weiter nach oben zu gucken. Wir sind Tabellenführer. Wir wollen Tabellenführer bleiben. Keiner will im Derby dann auch wirklich verlieren. Generell will ich keine Diskussion, gar nichts auf dem Platz haben. Wir präsentieren uns ordentlich. Also Jungs, dann geht raus und haut raus. Spiel raus, Spiel raus, Spiel raus. Gibt es nicht, du, echt. Ich kam zu Hanno 93 vor fünf Jahren aus einer Schnapsidee. Linie, Linie, da steht er doch. Der damalige Manager von Bayern Alsenau, Alois Sambert, rief mich an und machte mich auf einem Verein aufmerksam, der wortwörtlich eine tickende Zeitbombe ist, wenn es nach oben geht. So hat er mir das damals geschildert. Macht das und helft dem Verein nach oben. Viele Zuschauer wissen gar nicht, was so ein Verein an Aufwand bedeutet. Die 90 Minuten, das ist eine Spitze vom Eisberg. Was da unter der Woche für Besprechungen sind, Dinge zu regeln sind, Sponsoren anzusprechen sind. Ohne ehrenamtliche Tätigkeiten wird sowas gar nicht möglich sein. In dieser Stadt gibt es nur einen Verein, der einen richtigen Support hat. Das ist Hanno 93. Und nicht nur in dieser Stadt, auch in der Liga und vielleicht auch eine Klasse höher. Wie ich in die Woche gehe, hängt davon ab, wie war das Spiel am Wochenende. Ich gehe seit über 30 Jahren hierher, habe auch im Verein schon verschiedene Ämter gehabt, hänge auch an der Fanszene sehr. Ich finde es cool, dass wir das nach wie vor, dass wir das über so lange Zeit auf dem Niveau haben können, was ja für ein Amateurverein selten ist. Da wir ja hier beim Amateurfußball sind und jetzt hier auf dem Platz leider nicht haben, aber bei anderen Vereinen doch zumindest kleine Tribünen oft gibt, hat man uns überlegt, wir brauchen auch eine Tribüne. Dass wir gesagt haben, wir bauen uns eine Tribüne aus Bierkästen zusammen. Die Tribüne hat jetzt auch schon, glaube ich, vier oder fünf Jahre auf dem Bock, aber sie steht noch. Es sind ja so viele Menschen, so viele Leute, die hier wirklich auch mit Herzblut an dem Verein hängen. Das merkt man einfach. Und auch dafür ihre Arbeit geben. Hier arbeiten, wie gesagt, ganz, ganz viele Leute ehrenamtlich und versuchen den Verein eben auf dieser Weite auch vorwärts zu bringen. Und das ist einfach eine herzensgute Sache und das freut mich dann natürlich auch. Highlights waren mehrere da gewesen. Das Jubiläumsspiel gegen Eintracht Frankfurt. Das erste und einzige Flutlichtspiel, was im Herr-Wertröse-Stadion jemals stattgefunden hat. Es hat ja keine Flutlichtanlage, aber es wurde eine mobile Flutlichtanlage beigeschafft und installiert. Es hat auch alles hervorragend geklappt. Ich hoffe mal, dass wir es jetzt noch schaffen, den Aufstieg in die Hessenliga zu packen über die Relegationsrunde. Aber das wäre auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Und dass wir auch hier mit der Infrastruktur insgesamt vorankommen. Das wurde vor ein paar Jahren zwar schon angestoßen, dass wir hier mal zeitgemäß Fußball spielen können. Sorgt gerade unsere Jugendmannschaften, dass wir im Kunsthaus einen Platz bekommen. Dass wir Flutlichtanlage wieder haben. Wenn wir, wie gesagt, überlegt, wo wir vor fünf Jahren startet sind, wo wir jetzt stehen, hätten sie sich wenigstens zugetraut. Also es kann nur so weitergehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. 2 3 1 2 2 3